Im heutigen Video gibt es ein neues Glücksrad, Leute, was 2000 Juwelen kostet. Wir werden ein kleines Experiment damit machen. Und wir werden dann mit dem neuen Wassermelon-Skin Burrita Bonanza auseinandernehmen. Ich verrat euch nicht zu viel, das war eine richtig krasse Runde, wir gehen rein. So, Leute, wir haben uns ja jetzt letztens einfach hier den Skin geholt. Der war ja nämlich hier drin für 10 Euro und ihr kriegt sogar so eine Palme. LOL. Es gibt ein Sonderangebot für 2000 Juwelen und ihr kriegt den Punch-Emotes. Zwar nie. Dann haben wir... Warte mal, habe ich den Skin? Warte mal, Leute, nicht, dass ich den Skin oder so nicht habe, das muss ich mal hier überprüfen. Oh, zum Glück, okay, ich habe den, dann muss ich den nicht kaufen. Dann haben wir hier noch Sommerdeal. Da kriegen wir den weißen Ninja und Sundark Angel. Heftig mächtig. Und wir haben noch hier mal so einen Reifen und einen Spezial-Stumbler. Aber was wir uns jetzt angucken, ist tatsächlich das ultimative Spezialrad. Hier kostet einmal drehen 2000 Juwelen. 2000 Juwelen, Leute, es sind umgerechnet. 10 Euro. 8 Euro kosten 1600 Euro. Und ich würde sagen, 10 mal drehen sind ja 20.000. Das sind 80 Euro. 80 Euro für einmal drehen. Also 10 mal drehen. Und das Lustige ist, ich bin mal gespannt, wie viele Stumble-Tokens wir rauskriegen. Wir haben jetzt 47.465. Und ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich hier meine ganzen Juwelen ausgegeben habe. Ich würde sagen, ich höre wirklich genau 20.000 Juwelen. So, wir haben uns jetzt noch ein bisschen was gekauft. 4.400. Jetzt haben wir 21.825. Also wir merken uns 47.000. Und gucken jetzt, wenn wir hier wirklich 10 mal drehen, wie viele Stumble-Tokens wir kriegen. Und ihr fragt euch jetzt, warum Stumble-Tokens? Weil ich habe alle Skins hier, die drin sind. Wir haben jeden einzelnen Skin tatsächlich von hier. Und wir werden immer nur Duplikate kriegen. Zuerst einmal kostenloses Glücksgrad drehen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Und kriegen ja hier den Diamant-Dämonen-Skin oder den Bolt-Skin. Wie oft muss ich drehen, damit ich hier was ziehe? 5 Juwelen. So, stark. Alles klar, Leute. Wir gehen rein. Wie viele Stumble-Tokens kriegen wir aus 10 mal drehen, wenn wir alles doppelt haben? Dieses Experiment gab es so noch nie. So, okay. Wir kriegen den Amethyst-Skin. Ja, Duplikat. Gar kein Problem. 47.000 bla 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 waren es. Nochmal Spezial-Skin. Okay. Theoretisch kriegt man ja 600 Stumble-Tokens, glaube ich. Pro Duplikat, oder? Das heißt, wir müssten dann 6.000 Stumble-Tokens dazukriegen. Also entweder 53.000, 52.000 bis 53.000 Stumble-Tokens müssten wir dann haben. Okay. Captain Gold-Tard. Aber den Diamant-Skin haben die bis jetzt so nicht rausgespuckt. Oh. Okay. Der kam raus. Also das Spezial-Rad ist sehr teuer. Und diesmal den Frozen-Valkyre, Leute. Alter. Was ein teures Glücks-Rad. Und schon wieder der Captain... Sag mal, ist das heiße Captain-Gold-Tard-Rad, oder was? Bro! Wie oft kommt Captain Gold? Go, 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 go! Ich bin jetzt hier ver- Digga! Nochmal! Junge, Bro! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Fünf Captain Gold-Tard, zwei Amethyst und zwei Ruby-Cubit. Wir haben nur Doppelte bekommen, außer den Frozen-Valkyre als einziger Skin, der nicht doppelt gekommen ist. Was zum Teufel ist das? So, wir haben jetzt hier Duplikat 700 pro Duplikat. Das heißt, wir müssen jetzt 7000 dazubekommen haben. Und tatsächlich, Leute, 54.465 Stumble-Tokens. Es gibt aber noch zwei verschiedene Räder. Einmal noch das zeitlich begrenzte Rad hier. Da kann man zum Beispiel den Skin hier kriegen, den Ninja-Copter, der sehr, sehr cool ist. Und das Candy-Rad. Aber hier können wir den gelben Skin kriegen, also das gelbe Gummibärle. Wir gucken mal, ob wir den gelben Gummibärle haben. Warte mal, haben wir den gelben Gummibärle? Wir gucken mal, ob wir das gelbe Gummibärle haben. Grün? Hä? Warte mal. Natürlich haben wir den gelben Gummibär. So, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt mal in eine Runde rein und spielen die neue Map Burrito-Blitz, Leute. So, wir werden das Spiel jetzt gewinnen, Leute. Wir haben es ja schon mal gespielt, letztens. Jetzt gucken wir mal, komm schon. Wir haben jetzt die Macht der Stumble-Tokens in uns drin. Wir haben so viel Glücksrad gedreht. Wir können nur jetzt was Gutes. Wir können jetzt hier nur gut ab... Boah, das war eigentlich gut. Ja, ich warte lieber. Ja, ja, auf Nummer sicher gehen. Aber guck mal, der da vorne ist einfach schon durch. Ich würde euch empfehlen, auch hier... Oh, ich wollte den wegboxen. Wir haben es nicht geschafft. Nice. Okay, durch. Das läuft wie am Schnürchen. Das läuft ja wie nach Ketchup-Mayo-Soße. Okay. Leute, wir sind Burrito-Bonanza-Pros. Komm, hier gehen wir durch die Mitte. Das ist gut. Ab geht's auf den Grillkäse. Oh, ich hab so Hunger. Ich glaub, ich fahr's gleich zu Magis mal eine Runde. Ich hab echt Bock grad auf Magis. Obwohl es jetzt nicht so gesund ist. Eigentlich nicht gut. Nein! Als ob! Junge! Mal gucken, wie viel der Platz ist jetzt wert. Das darf uns im Finale aber nicht passieren mit unserer Wassermelone. Oh, schade. Ich hab ihn nicht ganz erwischt. Aber jetzt sind wir hier. Ey, das ist schwierig hier, ne? Egal, egal, egal. Rechts. Ah, nee, hier bleiben, hier bleiben. Yep. Sehr gut. Und jetzt durch die Mitte. Vierter oder Fünfter sind wir geworden. Ja, Junge! Bro! Ist doch gut jetzt! Wie oft war ich... Ey. Ey! Jetzt, Leute. Jetzt sind wir durch. Okay, am Ende muss man aufpassen. Junge, Junge, Junge. Burrito-Bonanza. Die zweite Runde beginnt, Leute. Wir müssen jetzt im Halbfinale ehrlich zugeben. Und weiter. Weiter. Jawohl. Jawohl, Bro! Wir haben Ninja komplett auseinandergenommen. Hier, kurz. Ah, ich hätte durchgehen können, ja. Da hab ich ein bisschen zu lang gewartet. So, zack. Nein! Aber wir kriegen den Checkpoint, glaube ich, hier. Ja, das ist gut. Oh! Nice, weiter geht's. Wir gehen wieder hier in die Mitte durch. Weg mit dir! Super Helden, super Galskin. Komm, 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 komm. Wir sind gleich im Finale. Ich mag die Map irgendwie. Die ist richtig spannend, Leute. Weil es kann immer was passieren. Von eins, zwei oder drei kann auf einmal vier werden. Oh, das war ein Move. Das war ein krasser Move von uns. Das war ein krasser Move! Guck. Ey, wir können erster werden, Leute. Wir können jetzt Burrito Bonanza gewinnen. Wir sind jetzt im Finale. Leute, kurz ruhig. Seid leise. Seid leise. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Komm schon. Auf geht's. Burrito Bonanza. Komm schon. Burrito Bonanza. Nice. Nein. Warum? Oh mein Gott. Das war so gut. Oh mein Gott. Perfekter geht's, glaube ich, nicht. Bro, 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 bro. Ey, Leute, das sieht richtig gut aus gerade für uns. Wir könnten die Runde gewinnen. Wenn uns jetzt kein Feuerball erwischt. Ja. Ja. Okay. Hier links. Ist egal eigentlich. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Jawohl. Wir haben Burrito Bonanza gewonnen. Das erste Mal. Burrito Bonanza. Burrito Bonanza. Ich sehe gewonnen. Leute, wir haben gewonnen. Das war's für ein Video. Wir haben ein Experiment gemacht und noch eine entspannte Runde Burrito Bonanza gewonnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis dann. Und ciao, ciao. Bis dann.